Er setzt seinen Sohn bei der Kita ab und wir müssen, um das zu schlagen, müssen wir seinem Sohn übelste Backpfeife geben, dass er einfach stirbt, so what the fuck. Warum sitzt man hier in ner Reihe? Er chillt da in seinem Deckmantel von Babymilch und wir müssen den einfach wegmachen, ey. Hallo, ist so ein Fruchtlase. Das ist einfach Abortion, das ist ne Game. Das ist Jonas wieder begeistert. Jetzt eigentlich, wie das hier geht, oder? Kannst du dir vorstellen, du bist so ein Raidboss, du bist so das krasseste Wesen hier auf diesem Schiff und dann sitzen da so 6 Politioten vor dir und so, ey. Das ist eine Bagnade, Alter. Prümen ich alle Wege zum Ziel, oder? Ja, jeder Weg führt nach oben. Eh, oh, oh, ah, oh, oh, Jo幕! Elias, das ist nicht in ihn! You live in a dangerous lives. du, das ist nicht in der Ahnung. Nee, 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 nee mehr. Ich mach die ganze Zeit den Drehungen. Auament nicht drauf, kommt hinter mich. Ich hab zwei Pторы GinolengeÉl. Ich bin noch hinter dir, keine Sorge. Ja. Ich kanalisiere gerade den inneren Sebastian Vettel, Alter. Was? Schön drauf, Futtballern, er schießt auch auf euch, ne, passt auf. Alter, fuck me, Marius, 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 Marius raus, aus dem Panzer raus, aus dem Panzer raus. Oh Gott, das war nicht die beste Aktion von mir, muss ich einfach mal... Und wenn der Panzer so piept, raus. Was hast du denn? Ich hab dann vielleicht noch ein paar Sekunden. Weiter geradeaus, weil wenn ich den hole, dann dürfen wir ihn nicht in der Nähe stehen. Du sollst einfach quasi basic E-D-Arbeit haben. Okay, ihr könnt resetten. Okay. Oh nice! Gibt's dafür ne Karte mit den Lichtern? Es gibt safe ein Video dafür. Warte, 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 warte! Hä? 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 Was ist passiert? Wenn alles schafft, muss man nicht mal die Tür zumachen, weil dann fällt der Siebikon runter. Oh! Hä? 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 Oh, das ist so spät erst, wenn du was gesagt hast. In dem Raum hoch. Oh, oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Welche von mir saßen? Häh? 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 Du hast oh mal die Häh? Häh? Ja Jungs. Ich hab gleich meine Nate wieder. Häh! Häh! Häh? Warte warte, ich hab jetzt meine Nate. Oh! Noll! Okay, dann. Noll! Okay, dann. Pfff! 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 Wup! Jetzt hat das jemand gesehen, Samuels. Jetzt hat man das gesehen, das bitte. Nein, fix mich nicht. Ja. Ja. Und Hardline war gebroken. Oh, kurze Zeit noch. Oh mein... Oh, lass mich leben! Wie? Okay, Kugel? Wirf den kurz nach rechts zu mir. Wo bist du? Boah, also... Das macht gar keinen Sinn. Der Ball ist nach da geflogen. Der Ball ist ganz genau hier hingeflogen. Er ist am Flunkern, weil es ihm jetzt schon ein bisschen peinlich ist. Nee, ich... ja. Ach, komm halt, Schnauzen. Lügen haben kurze Beine, ja? Und du siehst aus wie ein scheißen Midget. Okay. Warte! Es ist mir... Es ist mir letzt mal in der Schule passiert, einfach so... Dann... Nacken, Kramp, Blackout... Wieder eingeschrafen... Pfff! 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 Eee aaaaaaaah! Er hat drei Schüsse auf mich nicht getroffen! Mit der Golden Gun. Ja... Ey komm! Das ist ein Problem.